Entschuldigung, gibt's hier irgendwo einen Arzt? Leider nein, bisher, in diesem kanadischen Fischerdorf. Wenn dieser Doktor sich entscheidet, hier zu bleiben, kriegen wir die Fabrik. Was bringt diese Fabrik? Sie bringt Arbeit. Wer will wieder arbeiten? Die Dörfler brauchen aber einen Arzt, damit sich eine Fabrik in ihrem Ort ansiedelt. Also gaukeln sie einem jungen Nachwuchs-Doc das Paradies auf Erden vor. Jetzt müssen wir Dr. Paul-Louis nur davon überzeugen, dass Tickelhead der schönste Platz auf Erden ist und seine neue Heimat. Genießen Sie unseren wundervollen Hafen. Unglaublich, was diese Fischer alles tun, um sich ihren Dock zu angeln. Die große Versuchung. Ist ein Remake, aber ein äußerst witziges. Was machen wir jetzt? Wir haben keine Ahnung, wie man Cricket spielt. Beide Teams haben gewonnen? Wir gehen mal zurück zum Boot. Ein kleiner, aber feiner, klaustrophobisch spannender Science-Fiction-Film ist The Signal. Kannst du mir deinen Namen sagen? Nicholas Eastman. Bist du von der Erde? Klar bin ich von der Erde. Die Geschichte klingt nicht nur mysteriös, sie bleibt es auch, teilweise bis zum Ende. Dein Zustand legt den Schluss nahe, dass unsere Informationen leider sehr limitiert sind. The Signal ist was für Fans von Verschwörungstheorien, stylischen Bildern und Rätsel-Mystik-Serien à la Lost. Warum erzählst du es mir nicht? Ich muss mich schützen. Wovor denn? Und dann haben wir noch den neuen Film von Jean-Pierre Jeunet, dem Regisseur der fabelhaften Welt der Amelie. Mein Vater hat die Seele und Mentalität eines Cowboys. Ein hochbegabter kleiner Knirps schlägt sich in diesem Road-Movie nach Washington durch, um sich einen Wissenschaftspreis abzuholen. T.S. Spivit, Ihre Erfindung ist der Gewinner unseres renommierten Bad-Preises. Wow. Schrullige Figuren, atemberaubende Landschaften, verspielte 3D-Effekte und magische Bilder, kurzum ein Einfallsreichtum für drei Filme. Keine Angst, hier passiert nichts. Mit die Karte meiner Träume ist Jean-Pierre Jeunet ein neues großes Kino-Wunderwerk für Augen und Herz gelungen. Hey, Luna! Soweit die Kino-Tipps. Soweit die Karte meiner Träume ist.